Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter. Und wir sollen, wie wir haben letztes Mal angeordnet, die Rebellenpositionen zerstören. Ja, Leute, ey, wisst ihr, ist gar nicht so gut, wenn man den Rollern auf hat und dann die ganze Zeit die Sonne ungehindert reinscheinen kann, wer weiß wie. So, wo muss man jetzt lang, da lang. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich habe eben nur mal den Rollern zugemacht, weil mich das so ein bisschen genervt hat. Wenn die Sonne so scheiße reinscheint, das ist dann doch ein bisschen doof. Möchte ich behaupten. Ja, dann wollen wir noch mal gucken, wie das hier so... Ey, sag mal... Ihr sollt doch alle dahin, wo ich meinen komischen Kreis mache und ich ziehe Kilometer weit weg. Mann, 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 Mann. Ich läufe euch jetzt einfach mal hinterher, weil ich bin ja feige. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Wenn ich... Wow. Ach, so im Schiff. Wenn er Meister ankommt, Junge. Geben sie ihre Warnschüsse ab, aber dann... Wenn er zurückschießt, halten sie die Fresse. Okay. Dummy-Chill, Junge. Scheiße, was geht denn hier, ey? Okay. 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 Ja, okay. Ich zeige. Okay. Ich bin auch gleich am Boden. Oh Gott, er hat ja noch so viel zu laufen. So. Oh je, jemini. 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 Also, entweder spielt ja einer mit dem Gas oder? Wo sind die? Kommt zu hier. Nicht zu melden. Fuck, fuck. Oh, aufs Schuh. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Mensch, wo habt ihr doch nicht so? Ja. Ja, gut. Wir werden dann mal... Hallo? Der Wips. Ja. 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 Okay, Leute. Ich hab hier nichts mehr zu trinken. Und das war... Na, ich denke mal, ich werd... Ja. Ich werd mir mal hier irgendwo in der Stadt... einen Laden suchen. Da wird sicherlich was zu trinken gehen. Aber wieder mal. so... Hier kamen schon die ersten... rrrr... Okay, die Rücken... Ich werd... Ich werd... wissen... ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Zieh mir doch noch mehr nehmen... Das wär scheißegal. Upsala. Das tut mir jetzt aber leid. Mann, Mann, Mann. Kann ich hier das benutzen? Ich hab mitten in der Aufnahme gerülpst. Ich hab mitten in der Aufnahme gerülpst. Das tut mir leid. Ich sollte mich schämen. Ja... Gut, merk ich mir. Hm. Hm. I... Can see you... ...Type. Okay. Ich weiß nicht. Wartet mal. Ich hatte die doch... hier irgendwo rumlaufen, ne? Ja, dann lass ich's mal hier so... Ich geb euch Deckung. Soweit möglich. Oh, wir haben einen Speicherpunkt. Und dann hängt... Und dann hängt das so, weil das speichert. Krass. Ja, wir sind gleich da. Ich heiße... Warum sagt der immer Scott? Ich heiße nicht Scott. Mein Name ist Mitchell. Hm? Jedenfalls im Spiel. Wird angegriffen. Hey, pass auf. Tot. Scheiße, Mann. Wir haben Mann verloren. Aber ach schön. Das kann aber nicht wahr sein. Toll. Ey, we... Tch. 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 Klasse, Mann. Deppen. Hab ich mal was gemacht, ey. Voll Hosties, Junge. Alter. Ich saß da nur gemütlich in der Ecke und ja. Kommt hier an und BÄM. Okay, warte. Ich muss das jetzt ein bisschen aufspalten. Der Braun, da geht hier lang. So, dann der Ellen, der geht auch da lang. Und der Kirkland, der... Kommt mit mir da lang. Headshot. ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jo, macht's gut. Ciao, euer Chris.